und das auch mal eben so kleine mädchen passt ja bei ihm so gut weiter jetzt mit so jetzt bin ich wieder da so ein neues vergnügen ja ja von meiner sagt aus können wir jetzt hier und ich würde den linken nehmen ja okay in den rechten alles klar 321 sehr schön lütte haben wir alle außen markier bei der oben sind ja noch auf der treppe weil es einer irgendeiner ist noch drinnen zwei sind links oben rechts oben schuldigung an den kleinen türmchen am strand machen die zivilisten sidesteps bei den sonnen auch mal umbacken 36 so ich gucke mit der drohne ob ich die jetzt von hier krieg die dann noch drin sind zwei sind rum ja ich schleiche mich mal ganz langsam genau markus rechte wie sie vor sie runden das sind alles zivilisten ja einer dürften alle oben sein glaube ja ja zwei stück sind hier oben auf deiner ist auf dem balkon und der andere wo ist denn der andere der wird wahrscheinlich unten am bootstück irgendwo sein kann das sein da einer ist hinten noch ein sehr gut auch wenn ich einen schaden dabei genannt da drüben ja am pool habe ich hinter mir ich habe geschossen mich hat man und sehr gut würde ich denke mal das waren alle oder ja dann werden wir jetzt mal die automaten zerstören ja was geht damit so warte mal geht man hier zur seite hier finden wo ist ja noch einer naja mich aber gar nicht wo er kann ja eigentlich weit weg sein oder also hallo ich habe in der sich sehr schön 16 brauchen wir noch da sind wir weg wofür habe ich jetzt trotzdem sonst immer die ganzen granaten wofür habe ich übrigens war für die punkte kurz mal in den lamborghini setzen ja was das mal immer mit fähigkeiten fertigkeitspunkte hier oben bei mir und wo bringt das jetzt punkte ich habe nichts gesehen so verbrauchen wir doch noch elfe elfe automaten mir die spielte schon da soll ich bitte schon ja habe ich gerade mal ja hier oder nicht ach hier noch welche hier ist irgendwo noch was sehr geil aber kurz das casino so und dann genommen ja man nämlich darum wo munition ja oben am balkon mal kurz an die moni bei mir war ja wie gesagt noch ein fertigkeitspunkt du bist mir genau vor das auto das ist sie mit dem motorrad war warum rennt sie immer vor die karre da passt mir nicht alle rein egal wenn sie mitkommt alter mit der fahr ich nichts wofür habe ich habe wohin fahren wir jetzt ich muss mal sagen weg ich würde sagen hier die zu rebellen sonst zu einer rebellen operation ja ja ich bin im auto im auto jetzt nicht mehr ich dachte ich werde ausgestiegen weil ich habe ja irgendwas verpennt ganz gut so jetzt soll ich gleich mal hier anhalten weil da vorne ist alles gut doch noch mal gut da ist das mal hier an dann müssen wir der wird abhauen der typ okay glaube ich habe ich so im urin wir hatten jetzt schon geschossen alle sagte der haut ab wir sind alle zusammen kämpfen einfach weg ja weil ich außen rum bin deswegen ist er jetzt doch tot ja das passiert wird etwas passieren ja weil ich da hinten auf einen mindestens ein feind ist hinter der kiste ich bin eigentlich auf dem rückweg aber nur noch ein feind da oben genau in dem moment ist der andere futze ich wusste ja nicht dass wir hier irgendwie auf jemanden treffen den wir dann irgendwie muss nur noch einer sein ist der ja ja sehr gut da war okay so gut ist noch schöne felsen runter hier muss immer wieder eine kiste sind völlig wieder oben wir kriegen wir so stärkungen rückt dann jawohl die hier unten und nun merkt geschoss von dem gebäude da ist ein grünes symbol hat es sind das polizont aufnehmen damit ja nur das ist was ist es ich glaube ich gehe mal nach oben weil die kommen sind jetzt hier hoch gefahren von oben man hat immer von oben den besseren punkt an hier ist die kiste nachschub markieren sehr gut 12 fertigkeit verfügbar das sind ja zwei autos haben wir den granatwäffer bereit vielleicht macht das am meisten sinn ja den habe ich schon am am start ja da kommt das erste auto da war das erste auto das andere auto hält ein bisschen weiter hinten da ist ja ich heute hallo jungs ach ja so war denn jetzt die munitionskiste hier war oben und ein erbgeschoss erbgeschoss linke ecke hinten wo das geht darum oder alles ich liebe den granatwäffer an der knabber bleibt ruhig da oben ich gehol euch mit dem auto wieso uuuhoo uuuhu w BR wurs klingelt uuuuh uuuh telefon uuuh die halt es äh hinter sich öh hab es hinter sich uuuh klingelt uuuh uuuh uuh uuuh Ich würde mal sagen, da hat jemand einen Anruf, da müssen wir warten. So, ich habe eben den Anruf vertagt. War das der Corona-Anruf? Ja, Corona hat angerufen. Ich hätte lieber Corinna am Telefon gehabt, statt Corona. Hauptsache, Markus, nimmt einfach mal kurz alles mit und das Schild ragt direkt durch das Auto durch. Straße, Schild. So, wir wohnen jetzt, wir bräuchten es hier. Ja, ich kann, glaube ich kann es machen, aber kann ich auch eins markieren. Theoretisch müsstest du eigentlich auch eins markieren können. Ja, aber die Sachen, die ihr jetzt da noch habt, die habe ich nicht mehr. Also das nächste, wenn mich ehrlich bin, die nächste Story-Mission ist ja wahrscheinlich diese hier. Dann machen wir die doch. Können wir machen. Wenn du den nämlich markierst, kann ich nämlich im Hotel zwischen abbrechen und wiederholen. Okay. Ist jetzt nur ein bisschen Fahrtstrecke, ne? Halt ein Auto vor uns. Fährt weiter. Okay. Es war noch ein rotes, deswegen wollte ich da nicht unbedingt dran vorbeifahren. Ja, wir müssen jetzt links. Okay, alles gut. Hier waren wir ja vorhin erst. Was esse ich denn gleich? Pizza oder Indisch? Beides. Indisch. Eigentlich wollte ich ja heute... Pizza mit Indisch. Ja, eine indische Pizza. Eigentlich wollte ich heute zum Inder, aber das habe ich abgesagt. Corona. Ja, man empfiehlt dir momentan eher soziale Kontakte zu pflegen. Das ist einfach. Wir sind eh nie draußen. Nein. Wieso? Wir haben doch gerade soziale Kontakte, oder nicht? Ja, online. Da kannst du aber keine Krankheit mit übertragen. Gott sei Dank. Ah ja, es ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu übertrieben. Momentan geht irgendwie alles kaputt gerade. Weil... Oh, das ist ja bad. Hier ist deine Waffe Kiste. Also, eins weiß ich, ne? Im wahren Leben möchte ich nicht neben Markus im Auto sitzen. Was machen die denn hier also? Was machen die denn hier? Denkt dran, hier dürfen wir nicht entdeckt werden. Okay, ich halb mich zurück. Dann ist die Mission sofort vorbei. Ich hab hier im Auto. Nein, versuch's nicht. Das blöde ist, wir kommen von der falschen Seite, da sind nämlich zwei Häuser. Und wir müssen an das hintere. Soll ich da noch ein Stück weiter fahren, oder wie? Ich weiß jetzt auch nicht, ob unten rum ist auch schlecht, ne? Er sagt mir das Rechte von denen. Also das Große, wo der Pool ist. Ja, das hintere ist jetzt also. Achso, ihr seid da unten. Okay, weil ich bin ein bisschen oben, ich bin ein bisschen über euch. Er hat sich eine höhere Position verschafft. Ja. Kevin hat auch schon wieder geschossen. Ja. Ja, ich hab die ersten beiden, alles gut. Ich, ich glaub das, ich glaub das mit dem, wir dürfen nicht entdeckt werden, hat er nicht so ganz, das ist ein bisschen vorbeigegangen. Das war ein Schuss, ich hab beide getötet. Ja, wir sind gejagt. Aber ich find's nicht. Wir sind zu gut noch nicht hinten an dem Haus. Pass auf, der unten rechts ist ein Jeep. Warte mal, ich krieg's hier von hier raus. Nein. Granate fliegt. Ja, das sind einige, ne? Die kommen auch von rechts, drei Stück. Na, das ist ja. Das kommen wir jetzt sowieso knicken mit der Mission. Wir hätten da dran vorbeischleichen müssen, von einem Haus. Ja. Das war mir schon klar. Ja. Ja, ja, mir auch. Ja. Also hätte... Also nicht töten, oder was? Nein, du hättest einfach nur deine Füße still halten müssen. Wir haben nur euch so gesagt, wir dürfen nicht entdeckt werden. Naja, entdeckt wurden wir nicht. Ja, doch, klar. Uns wäre man... Sonst wären wir ja nicht gejagt. Ja. Dadurch, dass wir die jetzt in Aufruhr gebracht haben, brauchen wir da nicht daneben angehen. Komm her, Digga. So, da muss auch mal rechter einer sein. Ja, aber... Die Mission ist aber noch aktiv, oder nicht? Da steht doch, der ist immer das Politiker, ohne entdeckt zu werden. Ist doch eigentlich relativ wunderbar. Ja, klar, aber da... Ja, weil wir jetzt nicht vor dem anderen stehen. Aber wenn du das bei dem anderen jetzt gemacht hättest... Ja, ja, weil ich sie es ja bei dem Nachbarn, deswegen habe ich auf sie doch geschossen. Die Autos sind Alarm gesichert, ja. Also da ist jetzt auch... Schau mal, erstmal Ruhe. Dann halte ich mich jetzt hier mal ein bisschen zurück, gerade komplett. Ja, da müssen wir, wenn wir da jetzt schießen, dann müssen wir uns wirklich absprechen. Ja, dann macht bitte das Leute, die das gerade können. Obwohl ich gerade die Schüsse ja sauber gesetzt habe. Weil da stehen zwei vorm Haus. Ja. Also theoretisch bin ich auf dem Linken drauf. Wenn ihr mal den Recht übernimmt, versuche ich das. Sehen wir mal mit auf dem Rechten. Aber du bist so weit weg. Ich sehe den nicht. Ich habe den einfach in der Position auch getroffen eben gerade. Aber gut, dann lass es. Dann geht ihr beide, wenn ihr da unten steht, auf dem anderen. Weil dann geht... Alles gut. Dann halte ich mich gerade auch zurück. Ey, der will mich wieder verarschen hier. Aus der Karre raus. Aus der Karre raus. Aus der Karre raus. Vielen Dank. So, jetzt versuchen wir das nochmal auf ein bisschen.